Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier auf Conface. In diesem Video zeige ich dir, wie du in unter einer Minute Optifine für die Minecraft-Vision 1.9 installieren kannst. Viel Spaß! Als allererstes klickst du unten in der Videobeschreibung auf den Link, der dich zur Optifine-Seite bringt. Demnach wählst du die aktuellste Optifine-Vision aus und klickst auf Mirror. Infolgedessen wirst du auf eine andere Seite weitergeleitet. Dort musst du einfach auf Download Optifine klicken. Nachdem die Optifine-Datei erfolgreich gedownloadet ist, führst du sie mit einem Doppelklick aus. Schlussendlich klickst du nur noch ganz links auf Install und schon ist Optifine für die Minecraft-Vision 1.9 installiert. Wichtig dabei ist, dass du Minecraft schon mal einmal davor mit der 1.9 gestartet hast. Nun kannst du Minecraft mit dem Optifine-Profil starten. Das war's von diesem Video hier auf Conface. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Jetzt kann ich dir dieses Video noch ans Herz legen. In diesem Video zeige ich dir, wie du einen Minecraft 1.9 Plug-in-Server erstellen kannst. Viel Spaß, hau rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!